Davin? Davin, genau. Davin, okay. Ja, ich bin 20 Jahre alt, komme aus dem schönen Oberhausen im Ruhrgebiet. Mit dem schönen Oberhausen. Schönes Oberhausen, richtig. Ja, letzten Monat habe ich meine Ausbildung zum examinierten Altenpfleger abgeschlossen, wurde jetzt auch übernommen im Pflegeheim direkt. Wunderschönes Pflegeheim, by the way. Für uns meinst du so, als Tipp für die Zukunft. Ihr seid meine Zukunft. Ja, was singst du, Davin? Ich würde gerne Old Time Rock'n'Roll von Bob Segers für euch singen. Okay, alles klar, feuerfrei. Ja, super. Just take those old actors on the shelf. I sit and listen to them by myself. Today's music ain't got the same song. Not like that old time rock'n'roll. Don't try to take me to a disco. Yeah, you'll never even get me out on the floor. In ten minutes I'll be late for the door. Stop playing old time rock'n'roll. Stop playing old time rock'n'roll. Sound like that old time rock'n'roll. The kind of music just to the soul. I'm reminiscing about the days of old. With that old time rock'n'roll. Yeah, yeah, yeah. Aber er macht das überragend. Aber er macht das überragend. Don't wanna hear him playin' Tango. I'd rather hear some blues or funky old soul. This only one should wait to get me to go. Not like that old time rock'n'roll. Okay. Peter, was meinst du? Ich fand's mega. Es war eine große Überraschung. Ich hätte es niemals gedacht, als du hier angekommen bist. Ich dachte niemals, dass du so krass abfliffern wirst. Brutal. Das lustige ist, du siehst doch so aus wie damals diese 70er-Jahre-Skale. Rock'n'roll so ein bisschen. Mit der Brille und der Frisur und so, so ein bisschen. Also ist das so wie ein Zeitsprung, ja. Du passt da gut rein, finde ich, in der Musik, ja. Mir auf jeden Fall auch ein Jahr. Ich fand's richtig gut. Ich freue mich auch für die Leute, die du betreust, weil ich glaube, da fliegen manchmal die Krückstöcke durch die Gegend und du rockst das Haus. Also schon mal sehr gut. Und ich würde mich einfach freuen, dich weiter hier nochmal zu sehen. Ich fand dich auch super. Also du bist ein Typ, boah, also ich hatte wirklich zwei Sekunden, ich war weg. Ich dachte, okay, da brauchst du dir keine großen Gedanken machen. Du fängst nicht mehr an, irgendwas zu finden oder so, sondern du weißt, das läuft, das ist super, das passt alles. Super. Das fängt ja gut an. Willkommen in Recall, Davi. Hat er mir gut gegeben. Zähneputschen. Oh, was ist das? Hat er mir gegeben. Alles gut. Ich war richtig begeistert. Ich bin so ein 20-Jährigen, der so Lieder singt, bei denen er noch gar nicht auf der Welt war. Das kann sein, dass die Alterspflege den Mann verliert. Da ist nämlich gut. Davin sehen wir in Ischgl bei Recall wieder. Schafft das, Digga!